Fotos der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA von der Visite im Atomkraftwerk Saporizhia am Donnerstag. Die IAEA wollte physische Schäden an dem von russischen Truppen besetzten Kraftwerk beurteilen, sowie die Sicherheitssysteme und den Zustand des ukrainischen Personals überprüfen. Am selben Tag waren das Atomkraftwerk sowie mehrere Städte rund um Saporizhia erneut unter heftigen Beschuss geraten. Nach dem Besuch hat nun der ukrainische Betreiber des AKW Zweifel an einer neutralen Begutachtung geäußert. Aufgrund des russischen Einflusses sei eine unabhängige Bewertung durch die IAEA schwierig. So soll der Delegation etwa der Zutritt zum Krisenkontrollzentrum der Anlage verwehrt worden sein. IAEA-Chef Raphael Grossi hatte nach der Visite eine andauernde Präsenz von Experten angekündigt. Es handele sich um zwei Inspektoren, zitierte am Freitag die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti einen russischen Offiziellen.